Herzlich Willkommen zurück zu Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 im letzten Part haben wir warte ich erinnere mich bestimmt irgendwann wieder dran wir sind auf jeden Fall jetzt im Büffendor GM und wo wir hinlaufen müssen das weiß ich noch aber sonst was haben wir im letzten Part gemacht ich weiß es echt nicht mehr ich weiß nur dass wir zu ihr hingerannt sind wie verrückt was ist das denn ach so sehr schön das haben wir auch gut gemacht ja wohl müssen wir kopflosern fast kopflosern nach unten okay so hoppy hoppy doppy ähm ich weiß gar nicht wann ist der 28 am Freitag ich glaube am Freitag da startet auf jeden Fall ein neues Projekt hier ein frisches Spiel was an dem Tag rauskommt vielleicht könnt ihr es euch denken vielleicht nicht da kommen tatsächlich zwei Spiele die ich gerne spielen würde aber ich habe mich erst mal für eines der beiden entschieden oh oh okay hier kann ich ja was machen was ist das denn ach ein Kästenkästle okay wow cool cool wir gehen mal weiter wir gehen mal weiter genau ne also freut euch schon mal auf Freitag da kommt ein neues Projekt äh das bringt dann mal wieder ein bisschen Schwung rein finde ich in den Kanal weil Animal Crossing ist momentan so mh na ist nicht viel los ich meine ich könnte oh ich muss hier gar nicht her ich meine ich könnte halt die ganze Zeit mit den Bewohnern reden oder sowas aber ich habe keine Möbel ich kann nichts machen mit denen das ist das große Problem leider an Animal Crossing zur Zeit und ich sehe da auch noch zur Zeit noch keine Verbesserung tatsächlich denn denn ja die sind zu klein aber egal so zurück zum Thema hier Harry Potter oh Looping hm 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 ja 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 halloo so jetzt machen wir auf kommt eigentlich in jedem Jahrgang im Jahr der verbotene Wald einmal vor ist mir jetzt gerade so eingefallen 3,4 4 vielleicht nicht oder musste man halt zu den Drachen damit man sie sieht wie der verbotene Wald ist könnte natürlich auch sein aber eigentlich ist ja der ich bin ich ne hä A hallo ich tue A jetzt aber super sehr gut gemacht Harry sehr gut gemacht hier hallo ich hab doch getroffen ich hab eiskalt getroffen EXPECTRO PATRONE warte spinn jetzt gibt der mir was ne ok spinn jetzt bin ich nichts ist gut zu wissen ach jetzt muss ich ja erstmal wieder hier alles du musst so wir haben jetzt auch ne truhe da EXPECTRO PATRONE äh wieso geht das eigentlich nicht bei bei denen hier die kolos zu machen oder geht das doch doch ne ah ja doch 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 geht 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 aber hier sollen sie jetzt gerade das ja lernen drooping hat ja damals äh bei Harry ist da auch ne Kiste dran kann sein äh hier hat Dings gemacht so nen Luftballon aus dem Sementor Alter ist das dunkel ich erkenne nicht was das hier ist okay geht sie gut da oben ja sehr gut ich glaube die geht sehr gut ja sehr gut ach wie geil ja EXPECTRO PATRONE so wo ist der letzte the last one der kleine Irrwichter imobilus Ich kann es nicht mehr aussprechen, Leute. Und du? Expector Patrona. Super, geil. Das haben wir. Sehr schön. Und ein Goldstein. Sehr schön. 45 von 200. Nice. So, was das? Ja, du Ping. Ich weiß es nicht. Ich denke mal schon. Ja, wir können rausgehen. Och, wie sie alle ihre Zauberstäbe schon bereit halten. Als ob hier gleich irgendwas passiert. Die große Schlacht von Hogwarts. So. Wir gehen nach da. Okay. Aha. Sehr cool. Oh, es gibt bald ein neues Batman-Spiel, ne? Wurde gestern angekündigt von Warner Bros. Games. Während diesem DC-Fandom. Oder vorgestern. Finde ich cool. Jetzt warten wir natürlich alle nur noch auf die Harry Potter-Ankündigung, ne? Von Warner Bros. Sind ja ihre zwei großen Spiele eigentlich für nächstes Jahr. Und ich hoffe. Ich hoffe wirklich, da kommt jetzt mal einander was. Sonst passt sich ja echt da weit aus. Oh, müssen wir jetzt schon in den Wald? Oder gehen wir jetzt einfach nur zu Seiden schnabeln? Und töten ihn so gesehen. Oh, das ist so schön hier im Hintergrund. Der hätte natürlich ein bisschen schöner sein können. Von, weil ich den sehe nicht sehe. Aber okay. Aber okay. Also, also. Wenn man so steht, dann macht der Zug von hinten wirklich Specto Patronum. Aber wenn man dabei läuft, dann tut er einfach. Okay. Machen wir mal so hier. Oh, danke euch. In Galium, Neviosa. Ach, ich meinte Expecto Patronum. Ist er in Gefahr, oder? Weiß ich nicht. Wir gucken mal. Und weg. Bitteschön. Okay, wir gehen mal hier zu Hagrid rein. Hallo, Hagrid. Über was könnten wir reden? Oh, Hagrid. Oh, danke für den Tee. Hey, guck mal. Ich habe hier noch was Schönes für euch. Guck mal, mach mal raus. Deine Rattelkretze. Da warst du. Oh, da bist du. Ein Döffel. Von wo kommt das? Seiden schnabeln oder das? Oh mein Gott, da kommt der Inka. Oh nein. Kommt, ihr müsst hier raus. Schnell raus mit euch. Ich dürfe euch nicht sehen. Aua. 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 Katze. Wohin? Wohin willst du, Katze? Bleib stehen. Bleib stehen, Katze. Oh nein, das ist die falschen Weile, Leute. Ein Hund. Oh nein. Aua. Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr da erinnern, was ich jetzt hier genau machen musste. Oder? So ein bisschen. Ich glaube, so ein bisschen erinnere ich mich noch. Lamina, hast du eigentlich deinen Krummbein dabei? Ja, hast du. Super. Ich würde mal gerne gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier was auskomme. Oh, eine Tour. Die kann er mir aber nicht aufmachen, wie ich sehe. Wow. Super. Supercool. So, hier. Komm. Ich weiß nicht, dass ich angreifen muss, aber hier. Ah, hier. Oh Gott, ich hab halt zu klasse. Och Mann, ey, Harry. So, jetzt aber. So. Hier, bitteschön. Sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht, Harry. Oh, da ist noch eine Kiste in mir. Ich brauch Krummbein nochmal. Krummi, komm. Super. Aber macht nichts hier. Krab mal aus. Oh, noch so eine Kiste. Wow. Toll. Echt super. So, nochmal rein. Oh. So, jetzt aber. Ich muss gerade nicht mehr, wie man angreift, tatsächlich. Ich muss gerade noch nicht. So. Machen wir hier halt nochmal ein bisschen was kaputt. Für die Punkte, Leute. Für die Punkte. So, hier haben wir auch noch hier. Sehr schön. Und? Jetzt kommt die Mitte wieder. Nee, kommt sie nicht. Aua. Danke. So, jetzt aber hier. Angriff, Angriff. Also, ich wollte schon sagen, ne? Als ob wir da jetzt nicht treffen. So, komm, Hermine, schnell rein mit uns. Schnell rein mit uns. Warte, was ist das? Das gibt jetzt nichts. Hier noch was. Komm, dann eigentlich wieder raus. Oh, jo. Cool. Cool, cool, cool. Jetzt muss ich ja nicht. Dass man da wieder rauskommt. So, Lumos. Oh, eine Brücke. Oh. Erstmal weg mit euch hier. Oh. Oh. Da sehe ich was. Oh Gott. Ich wollte springen. Kacke. Also, was ist denn mit dir hier los hier? Okay. Oh Mann. Ich hätte gerne da oben das gemacht. Warte. Bringt sonst Lumos um und dann hier was? Scheint nicht der Fall zu sein. Ah, doch. Äh. Okay. Und dann? Die eingreifen? Ja, die eingreifen. Okay, cool. So. Mach mal hier dann Lumos wieder weg. Danke. Expelliamos ist... Ne, ich will Wingardium. Super. Ach. So. Oh. Als erstes machen wir die Tumme wieder weg. So. Drauf mit uns. Was ist hier los? Oh. Einnahme entfernt. Okay. Sehr schön. Können wir da was machen? Ne. Natürlich nicht. Ach, Harry. Du stehst wieder im Weg. Wie eigentlich immer. Ne? Wie immer. So. Super. Hätten wir auf jeden Fall. Äh. Wir müssen uns mal machen hier oben. Ich weiß es gar nicht. Eigentlich nicht, oder? Ich kann es gerade nicht sagen. Okay. 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 Bitteschön. Haben wir auch befreit. Und zerstör ihn. Ach so. Jetzt ist natürlich... Ah, hier sind Kugeln. Okay. Bisschen mal in die Mitte. So. Der auch. So. Jetzt aber. Ich glaube, wir haben die Blumen übersehen. Ich glaube, wir haben die Blumen übersehen. Aber nicht. Nicht. Aber das nicht. Haben wir da nicht. Sehr schön. Sehr schön. Höh. 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 Oh, da sehen wir uns. Hi. Siehen wir uns. Höh. Wie geht's hier? Höh. Ich bin Haros. Oh mein Gott. Ich muss sagen, ich habe den dritten Teil sehr oft geschaut, ja. Und ich habe ihn auch die ersten zehn Male, als ich das vielleicht geschaut habe, komplett falsch verstanden. Weil ich habe es eben immer so verstanden, dass, ähm, dass Sirius Harry töten will, ja. Wirklich. So habe ich es verstanden, aber nie, dass, äh, er eigentlich Peter Bröttingo betöten wollte. Äh. Doch. Bam. Wo ist er jetzt? Ah, da doch, muss er. Okay. Weil, es sah immer auch, auch aus, äh, als Sirius auf Harry gezielt hat, ne? Da war dann immer so mal eine Frage, hä? Ja, ihn jetzt töten, oder was? Ich habe es nie verstanden. Ich habe es nie verstanden. Ich habe es nie verstanden. Wie sind die da eigentlich? Oh. Oh. Die sind wahrer Zauberer. Okay. Ah, da hinten ist er. Ich muss ihn, glaube ich, schnappen. Ich muss ihn, glaube ich, schnappen. So, jetzt aber. Hier. Ich habe ihn doch. Oh. 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 Müssen wir weit weg, ne? Und? Und? Oh, okay, er ist er. Ah, 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 ah. Ja, ich hab's ja verstanden. Guck dich an. oh fern und auuuu 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 wuuu 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 oh ich hasse diese beiden ja ok das haben wir auch hier wecken wir euch einen meine wahrer zauberer sind wir schon weiß ich weiß nicht wieso aber wir sind was haben wir hier ach denn heavy was ist das das weiß ich jetzt nicht glaube ich so was mit hier auch weg sehr gut ist denn hier unten wo scheinlich das ist das ist das ist ich gar nicht benutzen muss sehr gut oh ne das ist ne allraune wie lange den schreit ist alles super aber die schreit bleibt bestimmt noch schreit bleibt bestimmt noch hier 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 auch noch so was da sind wir unten ok das ist nur ein Abfohlen da brauchen wir hier was das sphin ja wir sind da hinten in einem Ich spinne jetzt. Ist ja auch wieder was. Wieso ist das Level wieder so lang? Du 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 du. Oh. Ähm. Fummi. Fummi, komm mal vorbei hier. Äh, hallo? Danke. Nein, das hier ist ja mal. Kommt das. Äh, anderer Zauber, dann geht's zusammen. Perfekt. Das kann ich nicht kaputt machen, okay. Jetzt auch nicht. Jetzt aber ne Kugel. Die uns ne Blume macht. Sehr schön. Gibt's mir jetzt das Zeug? Ne, gibt's mir nicht. Bist du eine schöne Blume? Du bist auch keine schöne Blume. Ah, da? Alle guten Dinge sind da drei, oder? Ja, danke. Nimm mich. Ich fang damit. Ah ja, dieser Hund da oben. Serious, Mann ey. Ah ja, äh. Die Leute, die sich verwandeln können in Tiere sind Animale. 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 Und Werwölfe sind halt die, die sich in Wölfe verwandeln können. Ich meine, eigentlich könnte man dann auch für jedes Tier irgendwie einen besonderen Begriff sehen. Werwölfe, Werfüchse und so weiter, ne? Damit das eigentlich auch fair bleibt. Aber so ist das hier im Spiel nicht. Okay. Ich stecke nicht fest. Ich dachte es war kurz. Paar Spinni. Wir haben aber schnell... Oh Gott, Alter Schwede ey. Ja, den hab ich gerettet. Bitteschön. Cool ey, das war was hier. Wenn er mich nicht hätte, ne? Dann wüsste ich auch nicht, ob er da noch hängen will oder nicht. So. Wir haben noch was hier. Äh, äh, Vingale um die Wienhose. Ist ja auch noch was, ne? Okay. Was ist das denn jetzt hier? Ein Strom oder was oder was? Tatsächlich, ja. Oh, nein! Harry! Oh, ich muss weg! Oh, Sirius! Sirius! Nein! Nein! Oh, nein! Oh, nein! Espectro Patonum! Harry! Super Leute! Oh, Alter! Ein Hauswappen haben wir, ne? Die anderen zwei waren bestimmt in den Kisten drin. Und wir waren seit langem mal wieder hier wahrer Zauberer. Das waren relativ früh heute, würde ich sagen. Sehr schön. Schien lang gefahren natürlich auch. Wir haben schon 46, nice. 47. 48. Und wir sehen uns dann. Äh... Morgen wieder. Bis dann. Euer Kamito haut rein und ciao. Bis dann!